Wann ist Karma aufgelöst? Wann ist eine konkrete karmische Situation aufgelöst? Man könnte sagen, das Karma ist aufgelöst, wenn du die Lernlektion gelernt hast, wenn du aus Mitgefühl gehandelt hast und wenn du das Ganze dich selbst siehst als Teil des kosmischen Ganzes, wenn du nicht mehr aus Trennung und Verletztheit heraus handelst, sondern aus Verbundenheit und als Instrument in den Händen des Ganzen und des Kosmischen. Karma ist nicht aufgelöst, wenn du es einfach ignorierst. Dann kommt es wieder und wieder. Und Karma ist auch nicht aufgelöst, wenn du mit Ärger, mit Angst oder mit Niedergeschlagenheit reagierst. Du könntest sagen, Karma ist dann aufgelöst, wenn du nachher in Frieden mit dir selbst bist und mit Frieden mit denen, mit denen du zu tun hattest. Und wann ist Karma insgesamt aufgelöst? Karma ist insgesamt aufgelöst, wenn du alle Aufgaben erledigt hast, die Erleuchtung erlangt hast. In der Karma-Theorie gibt es drei verschiedene Stufen des Karmas. Es ist zum einen Agami-Karma, das heißt, dass das Karma das neu geschaffen wird. Es gibt Sanchitta-Karma, der Speicher des Karma, und es gibt Prarabda-Karma, das Karma, das du jetzt schaffst. Wenn du die Erleuchtung erlangt hast, dann handelst du aus der Einheit heraus. Und damit schaffst du dir kein neues Karma. Also Agami-Karma ist aufgelöst, wenn du die Erleuchtung erlangt hast. Wenn du die Erleuchtung erlangt hast, gibt es auch nichts mehr, was du lernen kannst. Daher Sanchitta-Karma ist auch aufgelöst, verbrannt. Was aber noch bleibt, ist das Prarabda-Karma, das begonnen hat, Früchte zu tragen. Und dieses Prarabda-Karma ist erst aufgelöst, wenn dein Leben zu Ende ist. Also wann ist Prarabda-Karma aufgelöst? Wenn dein Leben zu Ende ist. Oder dein Leben wird dann zu Ende sein, wenn Prarabda-Karma abgeschlossen ist. So gibt es Erleuchtete, die im Alter von 16, 17 oder sogar 15 Jahre die Erleuchtung erlangt haben und noch 50, 60, 70, 80 Jahre weitergelebt haben. Und es gibt solche, die die Erleuchtung erlangt haben und kurz danach ihren Körper verlassen haben. Es hängt vom Prarabda-Karma ab. In diesem Sinne, wann ist Karma aufgelöst? Das kleine Karma aufgelöst, wenn du die Lernlektionen gelernt hast, wenn du dich richtig verhalten hast und wenn du in Frieden mit dir selbst und mit anderen umgehst und dich verbunden fühlst. Und wann ist das ganze Karma aufgelöst? Wenn du alle Lektionen gelernt hast, wenn du gut gewachsen bist und die Erleuchtung erlangt hast. Und dann löst es sich noch weiter, Schritt für Schritt.